Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Darksiders Genesis, wo wir hier noch immer alte Sachen wiederholen. Aber was sollen wir auch anderes machen, ne? Was sollen wir auch anderes machen? Also müssen wir uns ja verbessern. Ja, da war ja was, da hat er ja Geheimnisse. Au. Hey, hey, hey. Entspann dich mal. Magie ist für dich schmack. Schluss mit den Tricks. So. Und wir jetzt noch die Truhe. Ach, meine Güte. Sage meine kleine Sack. War'n wir hinten eigentlich schon? Oh, da ist nix. Hier. Auch nix. Ach Gott. So, ne? Immer mal ein bisschen Leben holen. Was gab's hier? Was sind wir denn grad? Da hinten. Können wir auch lang gehen. Weiß gar nicht mehr, was das war. Achso. Neun. Was hältst du von diesem Podest? Muss ich... Jo. Ja, das... Und davon gab's ja zwei, ne? Oder? War das nicht so? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich hier will. Mal gucken gehen. Oh. 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 Wo sollte... Da hinten vielleicht. Da ist noch... Aber wie kommen wir da wieder hin? Hm. Das war fast auch mal eins, wenn wir wieder ran. Ja. Eieiei. Wie ich auch für siebe, hüttig, ja? Das war alles. Okay. Jetzt kommt doch alle dran. Ja. Das war klar. Das war's. Ich dachte, ich muss hier was sprengen. Was kann man denn hier? Ich dachte, ich kann hier irgendwas öffnen. Ich wüsste jetzt aber nicht wie. Moin. Was ist das? Was ist das? So. Bis jetzt hält sich der gute Krieg aber ganz gut hier, ne? Ach, da ist das Ding gelandet. Au. So. In dem gehen wir weg. Für das Gleichgewicht. Genau, das Gleichgewicht, Junge. Erkennst du mich? Das verlierst du immer. So fett wie du bist. Du bist so still. Du bist nie still. Vielleicht habe ich... So. Kennen wir ja schon, wie gesagt, ne? Was gab's hier drüben? Nix. Ah, den Tod. Da waren wir ja auch schon hier unten. Wollte ich gar nicht hin. Scheibenwohnig. Oder ich wollte glaube ich doch da drüben hin. Und jetzt? Muss ich hier noch einen Weg geben, ne? Nicht. Es gab vielleicht noch einen. Da geht's ja lang. Ja. Ja, anscheinend nicht. Ja, doch da. Schlimm, wenn man immer alles vergisst, ne? Ja. 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 125. Zurück. So, davon fehlen uns noch ein paar. Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir von der Seite hier. Ah, das sieht schön aus. Ach, das war wieder das. Jetzt wissen wir aber, wie es geht. So, und zwar... Das ist nicht so ein Portal-Ding. Das ist ja auch ein Portal, vielleicht. Hm. So, wie muss denn... Was müssen wir denn öffnen? Das da? Geht aber nichts dran. Ich muss ja erst mal wieder gucken. Ähm... Wir brauchen zuerst das. Und dann das. Okay. So... So einfach war das. Wie lange wir da beim letzten Mal... Gerätselt haben. Eigentlich können wir das hier hinten auch noch machen, oder? Da gab es ja auch was. Äh... Und das und das. Falls ich mir das jetzt merken konnte. Ich glaube nicht. Ich glaube, was macht das? Und das. Ja. Was machen das jetzt? So, Seelen sind aber toll. Also hier ist ein Portal. Da... Weißt du, was ich da mit dem Weg abgabe? Dann, ne? ja Das ist dein Urteil. Genau, Junge. Das ist dein Urteil. Oh, da ist unsere Kiste. Die Juni zuerst. Das sieht gut aus. Sehr gut. Und da wird es wieder feurig. Und wie feurig wir sind, sehen wir in der nächsten Folge von Darksiders Genesis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.